Hallo, lieber Thomas, lieber Vincent und lieber Jonas und natürlich liebe Gäste der Spendengala. Leider, leider kann ich heute nicht persönlich bei euch sein, aber ich habe da mal was vorbereitet. Achtung. Naja, okay, für eine Karriere als Zauberer reicht es wohl nicht, aber dafür seid ihr ja auch die Experten. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, viel Spaß beim Zaubern und viel Spaß beim Verzaubertwerden. Ich schicke euch ganz viele Grüße hier aus München nach Görlitz, viel Erfolg, bis dann, tschüss.